das sind meine die ersten tomaten dieses jahr meiner bush tomate hier hängt voll wie sau und ist auch schon eine menge reif werde ich mal abernten und dann werden wir mal gucken was wir als erstes ab machen und dann haben wir hier noch zwei kleine früchte von der blue angel also hier sind meine tomaten die ersten tomaten dieses jahr beziehungsweise eine habe ich schon mal vor einer woche ab gemacht das hier sind so mal um 170 gramm ich weiß es nicht viel aber ich freue mich schon mega drauf die ersten eigenen tomaten zu haben so das war's für mich ich hoffe ich sehe demnächst ein bisschen was von euch und von euren tomaten und dass ihr natürlich genauso so viel glück haben würde vielleicht noch mehr glück wie ich mit meinen tomaten und ich würde sagen wir sehen uns demnächst wieder bis dann marti und tschüssikowski hier